Waski Leute! Mein Name ist Lothar Danny! Tschüss! Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Velocibox. Ein Spiel, ein Endless Spiel. Ähm, ich hab's noch nicht allzu oft gespielt, aber wir werden es spielen. Und zwar, wir sind dieser, dieser, dieser Würfel hier. Okay, wir spielen das neue Story, glaube ich. Wir müssen quasi überleben und wir dürfen und quasi... Oh, ich seh nix! Oh Gott, wir dürfen nur das Weiße berühren. Okay, okay, ich kann auch Seitwärts sein. Ich glaub, hat das Spiel Musik? Ich glaub, es hat Musik. Ich glaub, wir müssen warten. Oh yeah, Baby, let's go! Oh mein Gott, nein! Ho! Nein, oh mein Gott! Autsch! Okay, das hat weh. Okay, ich mach das. Okay, wir müssen... Wir dürfen quasi nicht das Weiße berühren. Wo ist die Musik eigentlich? Okay, gibt's keine Musik? Wieso gibt's keine Musik? Oh Gott! Yes! You're not prepared! Für was? Für was bin ich vorgeleitet? Wow! Okay! Okay, oh mein Gott! Okay, alles bestens. La la la. Okay, oh mein Gott, ach so, alles klappt. Holy shit! Jetzt geht's los! Oh mein Gott! Wie zum Teufel hab ich das noch gemacht? Ja, oh! Oh mein Gott, das tat weh. Okay. Okay, nochmal. Okay, okay, wie schafft das diesmal? Gott, ist das heftig. Oh mein Gott! Okay, so. Ja, ich weiß, wie es geht. Oh ja, oh Gott! Okay, nein, alles tut weh, das tat weh. Wo ist mein Highscore? Kann mir jemand bitte die Zahlen erklären? Die sieht aus extrem aus wie japanische Zahlen. Und ich verstehe japanische Schrift gar nicht, okay? Ich verstehe gar nicht, wie die japanische Schrift funktioniert. Das Spiel gibt schon zwei Sprachen. Einmal japanisch und einmal englisch. Also muss ich natürlich eigentlich nehmen, weil japanisch verstehe ich gar nicht. Ich glaub, jedes einzelne Symbol ist ein Wort, kann das sein? Bitte sag mir, jemand ist von euch japaner. Kann mir jemand die japanische Schrift erklären? Tu mir einfach den Gefallen, okay, und tu's einfach. Oh mein Gott! Oh, Max Multiplayer, war das gut? Okay, 5, 7, 3, 4, 7, 5. Also Highscore ist 5, 7, 3, das können wir überbieten. Okay, let's go! Oh yeah, Baby, ich hoffe, die Musik ändert sich. Zwei, nein, nein! Mann! Das, das spiel ich schwer! Okay, wir machen das, ist kein Problem. Ich werde weiterkommen. Ich glaub, es gibt hier bestimmte Stages. Und die muss man schaffen. Das ist easy, easy. Ich weiß, wie es geht. Oh Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich sterben kann. Konzentration jetzt aber, jetzt reicht's mir. Hab ich heute voll. Ja, ich war immer schlecht an dem Spiel. Je länger ich das Spiel spiele, desto schlechter werde ich. Okay, so. Oh yeah, Baby. Oh yeah, Baby, let's go! Okay, ich glaub, ich muss Punkte sammeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mir wird schwindelig, wenn ich das spiele. Ich kann sogar zur Seite gehen. Oh mein Gott, was? Okay. 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 Ich weiß nicht, wie ich gestorben bin, das ist egal. Ist egal. Das verstehe ich nicht. Sehe die Level immer gleich aus? Spiel ich die ganze Zeit dasselbe Level? Ich glaub ja. Oh mein Gott, nein! Wieso drück ich noch einmal oben? Okay. Ich muss aufpassen, Leute. Okay. Das erste Mal. Oh Gott. Okay. Ich wusste, dass ich sterbe. Ich wusste, dass ich sterbe. Konzentration. Wow, dieses Spiel ist ultra mega. Übrigens, es kostet, ich glaub nur... Wie teuer ist es? Drei Euro? Irgendwie so... Oh mein Gott. Ja. Game over. Ich weiß, ich weiß, dass ich tot bin. Du brauchst mir, dass ich so sagen, Computer. Okay. Das Spiel wurde mir übrigens... Oh mein Gott. Das Spiel wurde mir übrigens empfohlen. Es war so billig bei Steam. Es hat eine gute Bewertung. Also dachte ich mir, okay, ich will spielen. Okay. Diesmal konnte ich hier mit... Oh mein Gott. Okay. Wie bin ich jetzt dort gestorben? Ich muss mir die Wiederholung nachher in der Aufnahme nochmal ansehen. Ich verstehe. Man muss quasi bestimmte Level schaffen. Sag ich euch, wie wir schaffen das Level? Oh nein. Bitte. Mama mia. Sag ich euch, wie wir schaffen das Level? Dann sind wir cool. Und nicht nur, dass wir cool sind, sondern... Sondern wir sind richtig cool, okay? Wir sind richtig cool. Okay. Dance Baby. Nein. Oh wow. Ey. Ich hab noch nie ein Spiel gesehen, wo das Dance nix bringt. Ich hab noch nie in meinem Leben gesehen, wo Dance nix bringt. Ist einer dieser... Oh Gott. Was soll ich denn? Was zum Kölfen? Wir sind jetzt die ganze Zeit. Alter, ich hab nicht mal das zweite Level. Alter, ich hab nicht mal das zweite Level. Ich glaube, ich muss einmal in das Spiel... Ja, okay. Ich glaube, ich muss einmal in das Spiel reinkommen, dann ist gut. Yes Baby. Oh yeah. Oh Baby, nice. Das will ich sehen. Nein. Nein. Das will ich nicht sehen. Genau das ist das, was ich nicht sehen will, okay? Genau das ist das, was ich nicht sehen will. Ich versteh's nicht. Ich versteh nicht, wieso ich die ganze Zeit sterbe. Ich versuch mir mehr Mühe zu geben. Ich versuch's ja. Okay. Was hab ich getan? Okay. 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 Wann ist das Level Ende eigentlich? Kann mir das jemand erklären? Nein? Okay. Oh mein Gott. Ich komm... Es ist alles so, wisst ihr? Es geht drunter und drüber. Und ich weiß nicht genau, wann ich oben und unten sein soll. Wenn ich die Richtung wechsle, dann muss ich nicht nach links oder nach rechts. Es ist alles komisch, okay? Es ist komisch. Ich glaub Schultertanz fehlt. Oh! Schultertanz? Ich gibt Gas, baby! Okay, let's go! Schultertanz? Oh mein Gott! Mach den Schultertanz mit! Bitte! Holy shit! Schultertanz mit! Es ist Level easy! Easy! Schultertanz! Level easy! Level easy! Level easy mit Schultertanz, bros! Level easy! Oh mein Gott! Ich hab zur Seite gehen sollen! Easy! Level easy! Wie jetzt? Einen Moment mal! Es ist jetzt Level... Was ist für ein Level, Leute? Äh, können wir immer erklären, was für ein Level das ist, weil... Ich bin auch da zu Level 3 gekommen. Wieso zum Teufel muss ich jetzt dieses scheiß Level machen? Ich will gar nicht das Level machen. Okay, egal. Ich mach's einfach. Scheiß da! Oh mein Gott! Ich bin der Pro! Keine Ahnung, wie das tue! Schultertanz, glaube ich... Schultertanz an die Macht! Schultertanz sollte Bundeskanzler werden! Oh mein Gott! Ich hab einfach nicht sterben dürfen! Kann ich gleich mal Level 2 anfangen? Was sind diese Pfeile hier eigentlich? Ähm... Oh, oh, oh! Ich seh's! Max Multiplayer! Okay... Versteh ich nicht! Ich mach die Musik! Party Baby! Woooo! Yeah Baby! Schultertanz! Das ist dann nicht... Oh mein Gott! Ich hab zwar gesagt, ich mach die Schultertanz, aber ich hab's gar nicht gemacht. Also kann man... Bitte verurteilt nicht die Schultertanz dafür, okay? Das ist nicht seine Schuld! Oh mein Gott! Immer noch nicht! Jetzt mach ich... Pass auf! Ich mach ihn jetzt! Ich mach die Schultertanz! Mach alle mit! Mach alle mit! Oh mein Gott! Schultertanz existiert! Holy... Oh mein Gott! Ihr habt ihn zu... Es war eure Schuld! Ihr habt ihn zu wenig mitgemacht! Ihr habt einfach nicht mitgemacht! Ihr standet einfach so! Ihr habt einfach zuguckt! Und euch gelangweilt! Wie ihr es immer in meinen Videos tut! Was soll das? Ich sage, mach nicht Schultertanz! Ihr müsst die Schultertanz mitmachen! Okay, ihr macht's jetzt mit, okay? Ich brauche es nicht zu machen, weil ich... Ich... Ihr macht's einfach! Das ist leicht willkommen! Okay, mach die mit! Nice! Oh, das machst du sehr gut! Holy shit! Ich glaube, du bist ein Profi beim Schultertanz! Kann das sein? Oh Gott! Du bist echt nicht gut! Holy shit! Schau dir das mal an! Schau dir, Mann! Du hast ihn einfach... Du hast ihn nicht mitgemacht! Du hast ihn wieder falsch gemacht! Also... Kannst du ihn bitte ein bisschen besser machen? Ohoho! Das hat verdammt knapp! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay! Alter kann... Wieso fange ich aber bei Level 1 an? Junge, ich bin Profi... Oh nein! Ich bin scheiß Profi in dem Spiel! Ich sollte eigentlich bei Level 10 anfangen! Wie wäre es damit? Ich glaube, das Spiel unterschätzt die Macht des Schultertanzes! Ja, definitiv! Es ist ein bisschen problematisch, wenn man solche Spiele spielt! Ja, das Spiel hat keine Ahnung! Das Spiel hat einfach keine Ahnung! Okay, bitte! So! Oh yeah, Baby! Weißt du was? Ich glaube, ich muss gar nicht immer so die übelsten Moves machen! Ich kann einfach zur Seite gehen! Hier muss ich das tun! Oh mein... Yay! Okay! Moment mal! Okay, wir haben es gemacht! Was bringt diese Punkte? Ich glaube, die Punkte sind gut, Leute! Oh mein Gott! Game over! New Highscore! Kann ich vielleicht... Ich muss immer bei Level 1 anfangen! Oh mein Gott! Mein höchstes Mal bis jetzt... Oh mein Gott! Ey! Ich werde Level 2 niemals in meinem Leben schaffen! Alter! Ohne Scheiß! Ich bin so demotiviert, wenn ich das Spiel spiele! Nice! Gut gemacht, Schultertanz! Ihr seht was es bewirkt! Und ihr dachte, der Schultertanz bewirkt nix! Schämt euch! Ihr dachte, der macht nix! Aber er macht so viel! Schaut euch das mal an! Easy! Das Spiel ist nicht mal eine Herausforderung! Ich weiß gar nicht, wieso das auf Steam existiert! Ist nicht total easy! Kann es sein, dass die Punkte sammeln muss? Jaaaa! Ich glaube, ich muss die Punkte sammeln! Okay, lassen wir mal die Punkte sammeln! Diese Punkte seht ihr sie? Ihr wisst, was ich meine! Oh, wow! Okay, sagen wir einfach, es war eure Schuld! Okay? Was? War nicht deine Schuld? Natürlich war es deine Schuld! Du hast nicht Schuldertanz gemacht! Oder... Irgendeiner hat es auf jeden Fall nicht mitgemacht! Deswegen bin ich gestorben! Okay, die beste Taktik ist, diese Teile zu sammeln! Oh mein Gott! Ich habe gerade voll die Scheiße gebaut! Merke ich irgendwo, wo ich dann... Okay, hatte ich was? Ich sehe es ja nicht! Ich kann mich nicht auf beides konzentrieren! Ich kann mich nicht darauf konzentrieren, das einzusammeln! Oh mein Gott! Bitte! Hör auf damit! Okay! Mann! Lass mich doch wenigstens die orangenen Teile aufsammeln! Ich leg's nicht hin! Oh mein Gott! Was? Okay, ich sehe es! Ja, wir... Okay! Wir müssen die orangenen Teile aufsammeln! Das ist so schwer, ne? Das ist so scheiße schwer! Man muss sich auf so viel konzentrieren! Oh mein Gott! Was ist denn nach... Oh, okay! Das ist das schnellste Level 2 ever in meinem Leben! Okay! Was habe ich genau falsch gemacht? Ich glaube... Ich war einfach bei Level 2! Das habe ich falsch gemacht! Okay! Unser Ziel ist es bis Level 3 zu kommen! Wenn ich Level 3 schaffe... Ohne Scheiß! Oh, nice! Ja! Das ging schnell, dass ich gestorben bin! Nice! Nice Spiel! Gefällt mir sehr gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was genau tue ich da? Und wie tue ich das? Ich glaube, ich werde selber niemals wissen, wie ich es getan habe! Yes Baby! Yes! Nein! Fuck! Ey! Und ein paar Leute sagen... Ich glaube, das ist ein Assi-Spiel! Alter Schwede! Ich glaube, die kannten das Spiel noch bis jetzt gar nicht! Zum Glück kennen sie sich ja! Oh mein Gott! Ich hätte nicht eine Double-Rolle machen sollen! Ich glaube, die kannten das Spiel bis jetzt gar nicht! Ey! Geomich-Luders ist easy dagegen! Ey! Ich würde meinetwegen lieber den ganzen Tag Geomich-Luders spielen! Als das Spiel für 10 Minuten! Jetzt ohne Scheiß! Das ist so schwer, ne? Ey! Das frustriert einen so sehr! Weil... Ich komme nicht mal aus Level 1 raus! Ich komme nicht mal... Oh mein Gott! Was? Wo bin ich? Kann mir jemand in meinem Leben erklären, bitte? Wie funktioniert das? Oh mein Gott! Ja! Okay! Alles klar! Ja! Ich verstehe! Okay! Ja! Habe ich auch gesagt! Sag dir auch mal, weil sie bei mir ist! Yes! Oh yes, baby! Okay! Okay! Nice! Nein! Du scheiß Arschloch! Yay! New Ice Go! Das war gut! Das war gut! Ein noch! Ein noch! Yes! Nice! Okay! Das verstehe ich nicht! Oh mein Gott! Ey! Schon allein Level 2 ist unmöglich, alter! Oh mein Gott! Ich habe nicht mal einen Punkt bekommen und sterbe! Level 2 ist unmöglich! Ich weiß nicht! Es ist Level 2! Es gibt wahrscheinlich auch Level 10! Alter! Kein Wunder, alter! Das ist schon wieder... Ey! Ohne Scheiß! Ich will nicht rassistisch sein! Aber kein Deutscher wird auf diese Idee kommen! Das kann nur ein Japaner sein! Ohne Scheiß! Kein Deutscher! Ohne rassistisch sein! Ey! Ohne Scheiß! Aber kommt schon! Wer von euch würde auf sowas kommen? Oh mein Gott! Alter! Ich glaube ich bin Japaner! Äh! Nein! Bin ich nicht! Niemals wird mein Tauber! Niemals werde ich Japaner! Niemals in meinem Leben! Ey! Ohne Scheiß! Japan! Ist ja schon gut! Aber Korea! Ey! Wie übertoppt doch alles, alter! Oh mein Gott! Wo bin ich? Wo bin ich eigentlich? Jo! Korea übertoppt alles! Korea ist noch 10 mal besser als Japan! Und Japan ist immer besser als Europa! Also es ist ein bisschen... Es ist halt ein bisschen schwer zu sagen! Oh! Gib mir die Punkte! Nice! Letzter Punkt glaube ich! Nice! Okay! Wie funktioniert das jetzt? Wieso jetzt? Wieso bin ich jetzt tot? Yay! Oh mein Gott! Nein! Nein! Oh mein! Ich verstehe ja nicht mal was! Ich verstehe gar nichts! Und ich weiß überall irgendwas! Ich... Ich kann eigentlich... Ich... 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 Ich check die Spiele nicht! Ich check's nicht! Ey! Level 2 wird so schwer! Das Spiel! Es wird so schwer! Ey! Ich glaube ich fang mit Drogen an! Ich nehm Drogen! Ich nehm einfach Drogen! Ja! Ich meine wieso nicht? Ey! The dream! The dream! Of level 3! Is not gonna be there man! It's not gonna be there! It's not... I won't succeed man! Ich... Ich will nicht pessimistisch sein, aber... Ey! Die Spiele ist nicht ein Spiel, wo man optimistisch sein will! Muss ich ganz ehrlich sagen! Ja! Ja! Yay! Okay! Moment mal! Okay! Was muss ich jetzt tun? Wieso? Yes! So! Mein schnellstes... Schnellstes Level 2 ever in meinem Leben! Oh mein Gott! Ey! Das ist die schwerste Stelle, die es gibt in diesem scheiß Spiel! Highscore nice! Die schwerste Stelle! Keine Ahnung, was das für eine Stelle ist eigentlich! Yes! Okay! Level 2 wieder! Okay! Können wir es schaffen! Können wir das Spiel schaffen! Ich sage nein! Oh mein Gott! Drogen! Holy shit! Was war das? Keine Ahnung! Okay! 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 Oh mein Gott! Wieso sind... Die ganzen Teile sind alle oben, aber wenn ich nach oben gehe, bin ich auch drauf Drogen! Deswegen ja! Oh nice! Okay! Oh nein! Wir sind wieder hier! Ich muss die Dings nach Vierecke aufsammeln! Was? Oh man! Wenn ich nur wüsste, was ich da tun soll! Ich war so glücklich in meinem Leben! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich dachte da... Okay! Ich weiß... Ich dachte... Okay! Wenn ich an dieser Stelle bin, darf ich nicht die Seiten wechseln! Also ich darf nicht komplett nach oben! Weil das ist alle Selbstmord! Ich muss nur noch links, nur noch rechts! So zum Beispiel! Ich darf nicht... Ich darf nicht... Ihr wisst was machen! Ihr wisst es ganz genau! Okay! Okay! Mal schauen! Oh nein! Stimmt's! Oh mein Gott! Ich weiß nicht, Alter! Das Spiel ist schwer! Okay! Wir sind wieder Level 2! Mal wieder! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war so verdammt knapp, ne? Yes! Yes! Okay! 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 Oh mein Gott! Ich verstehe! Ja! Ja! Nein! 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 Okay! Verdammt! Nice! Nice! Bitte! Oh mein Gott! Yes! Nein! Ich hätte in die Mitte gehen sollen! Nice! Yes! Ah! Ich verstehe es langsam! Natürlich sind hier alle Punkte da! Alle Punkte sind genau da, wo sie nicht sein sollten! Ich verstehe! Ich könnte kotzen! Ich könnte so kotzen, ne? Ey! Ich hör nicht auf, bevor ich das jetzt schaffe, Alter! Level 3! Ist mein Ziel! Level 3! Nein! Ich beende es vorher nicht! Ja! Nice! Fuck! Okay! Okay! Wir haben wieder die Chance! Nein! Nein! Es kann nicht sein, dass ich immer noch da sterbe! Es kann einfach nicht sein! Ich sterbe da jedes Mal! Und ich lerne aus meinem Fehler nicht! Schon wieder Level 2, Baby! Ja! Es wird, ich glaube, gar nichts mehr, Alter! Okay! Okay! Ist nice, gut zu wissen! Yeah! Okay! Nein! Da kann man nur sterben, wenn man... Oh mein Gott! Yes! Yes! Ja! Nice! Okay! 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 Ein Punkt haben... Oh mein Gott! Ein Punkt, denn ich bin tot! Okay! Es könnte was werden, dieses Mal! Ah! Zu früh! Zu früh gewechselt, die Seiten! Schon wieder sind wir hier! Ich glaube, langsam merkte ich, wer verzweifelt ich eigentlich bin! Oh, shit! Nice! Nein! Wie dumm kann man da sterben! Aber ich muss eigentlich sagen, man wird nicht so schwindelig in dem Game! Also, ich komme ganz gut klar! Also, ich verspreche die Drohung, ich habe sie nicht allzu sehr konsumiert! Nur ganz, ganz leicht! Was quasi mir ein bisschen hilft jetzt hier! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Okay! Yes! Okay, das war gut! Jetzt aber! Sammle die Punkte! Das ist das Wichtigste, hier einfach die Punkte zu sammeln! Ey, wenn ich Level 2 verstehen würde, irgendwann werde ich aber nicht! Ich glaube ich schaffe es nicht mehr, Leute! Okay! Wisst ihr was wir machen? Okay! Wir machen es jetzt so! Wir machen jetzt den Schlussstrich! Ich werde es noch einmal versuchen! Ihr seid dabei! Ich zeige euch, wie ich das Spiel spiele! Und ihr könnt mir sagen, ob ich entweder schlecht bin! Oder ob das Spiel schlecht ist! Aber das Spiel ist gut! Okay! Das Spiel ist gut! Es macht Spaß! Aber ich komme nicht weiter! Ich müsste wirklich bis morgen dann sitzen, bis ich Level 3 schaffe! Und Level 4 will ich gar nicht anfangen! Das Ziel ist es quasi im Spiel, diese Punkte hier einzusammeln! Wenn man eine bestimmte Anzahl davon hat! Wie ihr gleich sehen werdet! Dann kommt man ins nächste Level! So ist das Spiel aufgebaut! So, noch ein Punkt! Okay! Wo ist es? Man muss wirklich... Oh Gott! Okay! Ja! Das ist jetzt zum Beispiel der letzte! Wir sind Level 2! Okay! Die Frage ist jetzt allerdings hier! Oh Gott! Nice! Mir war das sehr gut gerade! Oh mein Gott! Ihr seid sogar live dabei! Nein! Nein! Okay! Nein! Ich habe... Ich habe nicht noch zu voll! Ich mache einen Schlussstrich! Ich habe einfach nicht noch zu voll! Ich... Ich kriege es nicht hin! Ohne Scheiß! Selbst wenn ich nicht rede! Normalerweise wenn ich rede, bin ich schlechter im Videospiel natürlich! Weil... Man kann sich nicht auf weiter so gut konzentrieren! Aber selbst wenn ich nicht rede! Ich schaff's nicht! Ich müsste bis morgen dran sitzen! Und... Ah! Egal! Okay! Egal! Egal! Ihr könnt euch auch kaufen! Es ist ziemlich billig! Äh! Wir gehen nochmal zurück ins Menü! Ähm! Ja! Es ist wirklich ein cooles Game! Also... Hat Spaß gemacht! Muss ich sagen! Ich werde es selber nochmal spielen! Aber ich kann das Video leider nicht mehr weitermachen! Weil es sonst zu lang wird! Aber vielen Dank fürs Zuschauen! Wenn es euch gefallen hat! Und zeigt wie! Beres! Ihr seid und liked dieses Video! Schaut auf meinen Klub vorbei! Mehr Videos, die ich spaziert habe! Und abonniere! Jetzt wird ich im nächsten Video wiedersehen! Dann sag ich euch immer noch 3... 2... 1... Schaut was hier Leute! Mein Name ist Danny! Juhu! Wir bringen uns back zu einem neuen Börder! Es ist ein Video hier auf dem Kanal! Und ich spiel mir wieder den ersten Narz-Walk! Ich glaube... Ich... Ich hab das...